Diesmal geblieben. Ja, vorbeutreffung. Aber wir haben ein bisschen mehr Hintergrund, das ist eigentlich schon gut. Ja, ein bisschen mehr. Vielleicht ist das das kleine bisschen, was uns reicht. Freier. Ja, vorbeutreffung aber. Also hier zum Beispiel mit dem Fahrzeug ist reich zum hinlegen. Direkt hinter uns, ja. Oh, oh. Abus? Na toll, der hat mich hinterm Baum, äh, ich liege hinterm Dreier, genau. Ich hab... Ach so... Du bist halt drei Meter von dir entfernt. Oh, oh. Oh, oh. Kann er am Zweier jetzt sehen, ne? Hat er dich wieder auf? Ne, ne, ich war noch unsterblich. Das war mein Glück diesmal. Keine Pfeffer? Also merken, ne? Erst auf das Ding schießen, dann uns wiederbeleben. Genau. Ich will's nur mal wieder holen. Und halt immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Ja. Aus dem Stand heraus, sich wegbewegen, in Deckung zu gehen, ist schlechter, als wenn du dich für was hattest. Ja. Niemals stehen belassen. Außer vielleicht zum Zielen. Ich glaub's ja wohl echt nicht, dass ich dich da nicht sehe, oder? Kleiner Fenner. Feier. Und hab ihn. Nimm das. Ich muss ne Anlagen. Was soll das? Für'n Piep? Äh, Felsen. Hab' ihn. Dreier. Hab' ihn. Meine Muni ist leer. Mist. Das ist natürlich schlecht. Äh, jemand wird an, wie sie jetzt? Ja, zwischen den Dreierbäumen. Lebt jemand? Ich ja, zwischen den Dreierbäumen liegen. Äh. Nachladen. Ach da. Das ist ja gut. Hier kann ich schlecht getroffen werden. Hab' ihn. Shit. Bin hinter dir umgegangen. Ich hab' ihn ja gerade. Lass' mal in Deckung gehen. Ja. Also der Punkt war halt geschützt. Hier ist Bambus. Wow. Äh, ich liege direkt hinter euch. Hab' ihn. Wurde nicht vorher anvisiert. Ähm. Ich hab' anwag'n. Vorsicht, ducken. Zweierste, irgendwo. Auf dem Autostandteil. Ja. Okay. Statt auf dem Autostand. Statt auf dem Autostand. Wo? Stoppen. Nehm' alle. Hab' ihn. Hab' ihn. Hab' ihn. Es ist ein, 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 ein. Ich hab' ihn. Irgendwas ist gut. Der hat sich gut verdeckt. Oh. Nachhören. Gut was abgekriegt gerade. Der hat mich. Kampus. Hits. Hallo. Verliegt. Dreier auf dem Auto. Das ist geil, wie der auf dem Auto steht. Ist halt noch mehr Schussfläche, ne? Wir sind am Stein. Zweier. Er steht auf dem Auto. Hab' ihn. Auf. Am Felsen. Liegen alle? Okay, warte. Ich guck' erstmal. Vorsicht. Wann muss das irgendwo? Ich hab' ihn doch getroffen. Steht immer noch da. Steine. Läuft. Auf. 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 Einen holen, wenn er weg ist. Jetzt erstmal um ihn kümmern. Er ist dann am Stein. . Hab' ihn. Okay. ich liege auch er ist down ich höre keine musik mehr ich auch nicht ich sehe ihn da liegen ich kann mich bitte wieder benehmen er lebt mich wieder ihr müsst laufen und jetzt ich bin tot ich bin mitten in dieser explosion ich bin weggelaufen ja ich bin auch weggelaufen hätten das aufgenommen verdammt noch mal also ich habe das aus irgendwelchen gründen aufgenommen ich bin auf dem weg immer mit ruhe bisschen nach links bisschen nach links hinter dir hinter der hinter ich nie bei den dreierbäumen vor dem kaputt ist hier war ich bin richtung munitionskiste so bei den dreierbäumen ja ein bisschen weiter vorne nach wo nein nein ich könnte ja auch wieder einfach spawnen lassen ja stopp ja da haben wir dich einfach wo liegst du guck auf den mehr brechen weit weg hinten richtung waffenkiste bin ich gerannt über so munitionskiste es war wirklich schön mitten in die idee in der explosion zu liegen ich bin gerade auf dem map also wie war läuft etwas ja ungefähr richtig hier ist die munitionskiste sollte die hinterm fels ja vielleicht recht so die alten waffen habe ich auch wieder denkt dran die schalter dann kam er dran zu machen gemacht die ging einmal durch den körper und ich waffen